Die SORIC Multisegment Signal sollen Serien für 360 Grad sichtbare Status anzeigen. Die SBTF ist mit ihren fest zugewiesenen Farben pro Segment sofort einsatzfähig. Nutzen Sie die 360 Grad sichtbaren SBTF für einfache Status anzeigen. Durch die fest definierten Lichtfarben pro Segment lassen sich mit den Signalsäulen SBTF einfach und schnell Maschinenzustände signalisieren und damit Fertigungsprozesse abbilden. Die Signalsäulen der Serie SBRGB erreichen ihre hohe Flexibilität über die Steuerung mit IO-Link, durch die sie, segmentunabhängig, eine nahezu unendliche Anzahl von Farben und Darstellungsmöglichkeiten bieten. Zusätzlich kann über IO-Link die individuelle Helligkeit sowie das Blinkverhalten pro Segment parametriert werden. Nutzen Sie die flexiblen SBTRGB für anspruchsvollere Statusanzeigen. Mit freikonfigurierbaren Signalsäulen SBTRGB lassen sich auch komplexe Ressourcenanzeigen an Förderbändern einfach realisieren. Installieren Sie die Signalsäulen einfach an der Wand oder stehend auf der Maschine durch M30-Verschraubung und flexibles Montagezubehör. Signalsäulen der Serien SBTF und SBTRGB sind mit drei bis fünf Segmenten und optional mit akustischem Signalgeber, dem auch über weitere Entfernungen gut hörbaren Buzzer, erhältlich. Kostenfreie Musterbestellung und Terminvereinbarung für eine persönliche Präsentation oder Online-Beratung auf die sorig.com Informationen auf den Säden von Sädenhausen Drucks.com